Wir sind Anonyponis. Da sie auf unsere letzte Forderung nicht eingegangen sind, sahen wir uns gezwungen, ihre Internetpräsenz anzugreifen. Schönen Tag noch. PS, würden die Administratoren sich mehr um die Sicherheit ihrer Server bemühen, anstatt mit ihren Charakteren in World of Warcraft zu spielen, wäre dieser Angriff wahrscheinlich nicht so erfolgreich gewesen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Vielen Dank.